Wenn ich keine Termine habe, wo diese Sache abgefragt wird, die ich da bringe, verfalle ich leicht in Lethargie. Ich habe mit Klavierunterricht angefangen, aber ich war faul. Ich habe nicht geübt, ich hatte keine Lust. Ich glaube wirklich, ich habe so lange durchgehalten, weil die Instrumentenvielfalt da ist. Und das mit den Auftritten und mir ist noch auch eine psychische Geschichte. Auf meinem Zeugnis in der Grundschule stand immer der eine Satz. Stefan ist zu still. Und das habe ich mir gemerkt und deshalb gehe ich gerne auf die Bühne und bin laut.